Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Schwimmwesten. Das High-End-Produkt in unserem Schwimmwestetest geht an die Limmys Schwimmweste. Kinder lieben Wasser und sie lieben es, zu lernen. Unsere Schwimmwesten werden ihren Kleinkindern oder kleinen Kindern helfen, Vertrauen in das Wasser zu gewinnen, damit sie Spaß haben und etwas lernen, das ihrer Gesundheit und Freude am Leben zu Gute kommt. Entworfen für Sicherheit, Wärme und Komfort bei Limmys sind alle Produkte von Eltern für Eltern entworfen. Wir haben selbst Kinder und schlechte Erfahrungen mit Schwimmwesten gesammelt, bevor wir glaubten, dass es eine bessere Lösung geben muss. Warum sollten sie sich mit allem anderen als den Besten zufrieden geben? Im Gegensatz zu anderen Designs hat die Limmys Weste einen zusätzlichen Riemen, der unter dem Schritt des Kindes befestigt wird, was bedeutet, dass die Weste an Ort und Stelle bleibt und die Sicherheit der Produkte erhöht. Wir wissen, dass es nie einfach ist, die richtige Größe zu wählen. Die Fotos wurden so erstellt, dass sie die richtige Entscheidung treffen können, welche Größe für ihr Kind passt. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die LIDA Schwimmweste. Größe ist 30 bis 50 kg, Brustumfang 66 bis 76 cm. Gefüllt mit weichem PE-Schaumstoff, passt sich perfekt der individuellen Körperform an, bequem und angenehm zu tragen. Verschluss Reißverschluss Polyester PE-Schaumstoff Dank Frontreißverschluss und verstellbarem Talliengurt sitzt die Weste besonders gut, die Reflexionstreifen an den Schultern sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die Weste ist als Auftriebshilfe ideal geeignet für viele Wassersportaktivitäten, wie Kanu, Kajak, Motorbootfahren, Segeln, Surfen, Rudern oder Angeln. Verfügbare Farben Schwarz, Rot, Weiß, Gelb CE-Kennzeichnung vorhanden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Schwimmweste-Test ist die USP-Schwimmweste. Einfach und schnell aufzupumpen und zu entlüften, normalerweise dauert es nur 15 Sekunden, bis die aufblasbare Jacke vollständig mit dem Mund aufgeblasen ist, so praktisch zum Schnorcheln. Bei Luftverlust, nur eine Buchgröße, würde nicht Ihr Kofferraum einnehmen, Netzbeutel einfach für Sie verstauen und Sie bezahlen nicht lange den teuren Mietpreis für Auftriebjacke. Stellen Sie den abnehmbaren Schrittgörd an dieser aufblasbare Weste zur Verfügung, um Ihr Schnorchelset anzupassen, fit für mehr als 6 Jahre alte Kinder und Erwachsene. Die aufblasbare Jacke haben bestanden Ponytest, reißfestes Polyester und PVC mit hoher Dichte, wasserdicht und auslaufsicher, wie hellen Farben liefern ausgezeichnete Sicht, geben Ihnen beste Erfahrung beim Schwimmen. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.